150 Euro und da hat die Mel gesagt, sie tanzt. Ja sicher, natürlich, dann mache ich natürlich sofort mit. Und 250 Euro und die Mel zieht ein Cosplay an, habe ich gehört. Das erste für diesen Abend, ich habe ein paar vorbereitet. Also wir können das Ganze noch ein bisschen steigern. 500 Euro, sollten wir die zusammen kriegen, erfüllen Chris und ich unseren Traum und würden uns in guter Alles-Nichts-Oder-Manie... Ich habe mich freiwillig dazu bereit erklärt, indem ich von dir gezwungen wurde. Richtig. Aber auch nur, weil du unbedingt irgendwann mal eine Torte im Gesicht haben willst. Eine leckere Waldbären-Torte. Verrückte Dinge passieren da, glaube ich. Also wie gesagt, 500 Euro. Bitte ja. Du hast jetzt gleich ein Problem. Wieso? Na ja, da unten wurde noch eine Summe nicht aktualisiert. Warum, wissen wir gerade noch nicht, aber wir haben 100 Euro obendrauf gekriegt. Oh nein. Das heißt, ich kann mich gleich schon direkt umziehen, ja? Ja, wahrscheinlich. Von Ragnor an, ja? Jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Guck mal. Schön. Also auf die Schnelle kann ich mich nicht umziehen, aber ich kann mir noch ein paar Katzenohren aufsetzen. Ist das ein Kompromiss? Ja, also du musst jetzt nicht unbedingt jetzt sofort, aber danach. Okay, danach. Wenn jetzt während des Tanzens noch eine Donation reinkommt mit Songtitel, tanze ich den Song direkt noch hinterher. Okay, das ist was Gutes. Also, die Nachricht war nochmal was Gutes, tun bevor das Ja zu Ende geht. PS, brauchst nett zu danken. PPS, wenn ihr das liest, bin ich schon nicht mehr im Streamchat, das ist jetzt blöd, ja? Sondern unterwegs, um allein zu sein. Aber wir sind ja immer noch da. Vielleicht kommt er ja wieder. Dankeschön für die Donation. Dankeschön. Wow, wow. Weißt du, da kriegen wir 100 Euro donated und wir alle sind... Na geht doch. So, Mel? Mel, ich würde dir die Bühne überlassen. Sehr, sehr gerne. Kriege ich noch Sound auf dem Fernseher? Ich will Ton. Oh, das ist ja gut. Vielleicht ist der Fernseher auch einfach nur leise gestellt. Während die Technik versucht, diese Probleme jetzt zu lösen, können wir zwei, du und ich, liebe Kamera, ja noch ein bisschen schnacken. Leider funktioniert diese Kommunikation nur einseitig, weil ich habe hier definitiv keinen Chat. Achso, wir machen mal alle nichts. Ich stehe hier und rede mit euch. Was ich euch zum Beispiel sagen kann, weil das ist ja leider kein Riech, Fühl und Schmeckfernsehen, kann ich euch sagen, dass Momo eine furchtbar flauschige Jacke anhat und damit zu meinem Highlight dieses Events geworden ist, fürchtig. Natürlich habe ich alle hier besonders gern, natürlich besonders euch. Jetzt ist mein Bild weg. Okay, ja, ich dachte, ich sag's mal. Was kann ich denn noch so erzählen? Ich fange mal damit an, dass ich nicht mehr ins Mikrofon atme. Das lerne ich noch. Oh, guck mal, von meinem Lied gibt es noch eine Extremversion. Das mache ich aber nicht heute, das habe ich auch gar nicht freigeschaltet. Uiuiui. Äh, ja, was kann ich noch so erzählen? Äh, was ist mir denn mal so passiert? An der grauen Taste? Diese Taste? War das die richtige Taste? Wunderbar. Vielleicht kann mir ja jemand mal den Chat rüberbringen. Das wäre super freundlich. Kann mir mal jemand den Chat rüberbringen? Irgendwie? Irgendein Handy? Dankeschön. So, Hallöchen. Mel setzt dir einen Schuh auf, ansonsten pre-recordet was? Ich setze mir keinen Schuh auf. Hallo, Bienchen. Welche Songs stehen zur Auswahl? Wir haben, also ich habe Just Dance 2019, davon sind noch nicht alle Songs anlackt. Müsstet ihr mal googeln, was es da für Songs gibt. Und ansonsten habe ich auch ein Limited, das heißt wir haben auch eine riesige Bandbreite an Sachen, die wir machen können. Da ist übrigens auch noch ein Controller, wenn du den haben willst. Achso, okay. Und, ähm, ja. Das hier ist ja leider kein Riechfilm und schmeckt werden. Tja. Momo ist pflauschig. Sie kann es leider nicht lesen, aber was wäre denn das für ein Cosplay? Genau, das kann ich euch, das kann ich dir jetzt lesen und ich kann euch das auch beantworten. Und dabei habe ich Junko aus Danganronpa, ein Mate-Kostüm mit Katzenohren. Was habe ich denn noch dabei? Irgendwas hatte ich noch dabei. Äh, Tobi hatte ich dabei. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube schon. Zumindest habe ich die ganze Zeit, ich habe, ihr müsst wissen, ich habe in diesem Raum da hinten, der Tecmel heißt, die letzten zwei Tage verbracht innerhalb von Dämpfen. Du kannst doch gerne den Controller-Kostüm machen. So. Ähm, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein, aber ansonsten habe ich sehr süße Katzenohren, ein Mate-Kostüm und Tobi und Junko dabei. Ach, Mary aus Kakegurui. So, jetzt haben wir alles verbastelt. Eine Stunde noch bis Neujahr, Mensch. Junko. Was ist Maki-Mate? Was? Katzenohren bin ich dabei. Ja, wie gesagt, ähm, Ragnu kann sich jetzt glaube ich nicht, also ist ja nicht mehr da, deswegen kann er sich auch nicht aussuchen, was er gerne haben will. Ähm, ne, deswegen suche ich mir das gleich einfach mal aus, wie es passt. Und, äh, ja, wenn während des Tanzes noch was reinkommt, mache ich noch einen Song, aber ich glaube, ich bleibe bei maximal zwei, weil danach möchten wir auch noch ein Spiel spielen und dann ist ja auch schon Neujahr, Mensch. Das Problem bei Tobi, das elendige Problem bei Tobi ist die Tatsache, dass meine, äh, oberen Regionen nicht so gut in das Kostüm passen. Deswegen entweder nur die Perücke und ein Outfit dazu oder ich muss mir was überlegen. Kann mal wer im Hintergrund das Kaper dort tanzen? Hm. Dafür nehmen wir nochmal 50 Euro. Dankeschön. Hahaha. Ähm, ich kenne keinen der Songs von The List is on Just Dance 2019. Wie gesagt, ihr könnt, ihr könnt doch bei Unlimited gucken, da gibt es auch sowas wie Lady Gaga, soweit ich weiß. Ähm, und alles mögliche müsstet ihr mal küken. Sanchara ist raiding mit einer Gruppe von 5 Raiders. Good evening, Tom. How is it going? Welcome, welcome. I'm trying to be a little bit chatty in English here, because our dear friend, Sanchara, aka Tom, is visiting us tonight. Hey, yeah. Was ist mit meinem Kopf? Aber ich will doch was hören. Es fällt mir, also wenn es keine Lösung gibt, dann muss ich es so machen, ne? Aber, weil, ganz ehrlich, im Zweifelsfall kann ich mir den Song auch noch auf dem Handy anmachen, per Spotify und dann los geht's. Ne? Oh mein Gott, von Snoop Dogg. Das ist wirklich gut. Ihr werdet, ihr werdet, ihr werdet, ihr werdet, ihr werdet, ihr werdet, ihr werdet. 55 Minuten left of 2019, Tom. Just... Tom sagt zwei Stunden. Ja, weil er ist britisch. Ja. I don't know about different time zones. Das Möpsehorn ist kaputt. Alles ist kaputt. Das ist das, das ist das Motto des diesjährigen Baggerbäsches. Liegt es an meiner Anwesenheit, wer weiß? Nein. Der Vogel. Und liegt es am Vogel? Ganz eindeutig. Aber wir müssen uns dennoch ein paar Fragen stellen. Die sind so fleißig. Leute, ich kann auch einfach, wie gesagt, mein Handy nehmen und dann mache ich es mir an. Chris, du musst es gar nicht so kompliziert machen. Ich kann es mir einfach bei Spotify anmachen. Dann gebe ich mir Bescheid, wann sie anmachen muss und dann... Das ist ein bisschen low budget, ne? Du willst das nicht. Ich will das dann... Bitte. Kaputte Technik liegt immer am Vogel, in der Tat. Das ist der Hauptgrund für alles hier. So, for your information, dear English people, we are raising money for... Wie gesagt, mal gut im Zweck auf Englisch. We are... Wow, great. My English... English Excel, just stop working. We are raising money for charity. We are raising money for charity. Because with 150 Euro, Mel decided to do a little bit of dancing with Just Dance. But our console just don't wanna give us some sound. I don't know what's happening. I don't know what's happening. It's very, very weird. Okay, Chris is trying to do things and I'm afraid. Let's talk about it. Let's talk about it now. Yeah, incentives. 250 Euro just met also. So, this dear young lady will go full cosplay for you guys. And with 500 Euro, Chris and I will do some party with cakes. At least that's what we're trying. What do you want, Mel? Do you... Do you... Okay. 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 Looks like Sochan working some things out. So, let's talk about incentives. Anyway, 500 Euro, we're doing some cake throwing with me and Chris and other stuff we will figure out while we're here. I heard with 1000 Euro, never gonna happen, Mel and Tama are going to kiss each other. So. Yeah. Ja, ja, ich kriege sie jetzt, die ist nicht auf den Tod. Und dann muss ich halt, ich muss halt, ich muss halt drücken, dann oder so. Okay, dann, warte mal, kann ich hier sein, was muss ich? Ja, ja. Warte. Ja. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. You do that there, so come one, come all, just having a ball. Beware of the owner, cause the owner's a dog. I got y'all back off the wall. Just let me know, no, no. I like the way that you talk. I like the way that you walk. Crash board, man, you're so beautiful. Oh, my God. Wait till we kiss. Give me your lips. Crash board, man, you're so beautiful. Oh, my God. 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 I'll make you wanna sing. Oh, my God. 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 I'll make you wanna sing. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Baby, baby, wanna be my lady? Let's take a ride in my blue Mercedes. Green grass. Sitting on a beanbag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Macht's gut, ciao, ciao!